Ich habe dreimal meinen Flieger verbessert. Ja, wie ich gedacht habe, mit Sirson sieht es schlecht aus. Ja, wie ich gedacht habe, mit Sirson sieht schlecht aus. Ui, jetzt hat er mal getroffen. Oh ja, ich hab die, ich weiß nicht, warum. Ja, wenn die halt, äh, auslangen gedüngt ist, ähm, ich muss mir wirklich einigen. Weapon Upgrade, Weapon Upgrade. Nice, nice. Hey, jetzt mitbeende Yudi haben, ja, und, äh, ich frage mich in die Ausnahme machen, so wie, wie alle draußen. Ähm, ähm. Weapon Upgrade. Ich habe ja geschätzt, da die aber in vielen Jahren zwei Rennen fahren wollen, ja, das funktioniert halbwegs jetzt. Nice. Also ein Grund halt, da die ja von Österreich kommen und Einwanderer, oder ein, ja, reinkommen. Das sind ja ein Einkommen, äh, die haben dann von der Erstmal in zwei Wochen so die Fußballspieler, ja, weil das nächste Jahr losgeht, die muss ja nur so eine Woche in, in Quarantäne gehen. Also Fußballspieler, äh, die beiden sollten sich in irgendein Hotel und dann, ja, das verlassen ist halt nicht. und das funktioniert dann mit zwei Rennen ineinander zu machen eins natürlich schon weil dann sind ja zwei Wurfen da und dann sind ja zwei Wurfen da und dann sind ja zwei Wurfen da und dann den seid normal das ist OCD so wie andere die dann sagen ja morgen kriegt die die Rennen wie Formel 2, Formel 3, ja zweiter Rennen an eine Wochenende Samstag ist oder das macht ja schon mal Nick Schumas sein Liga auch ich glaube Formel 2 sind sogar zwei Rennen an Wochenende und der dann fängt ja auch Samstag Sonntag Weapon Upgrade Nice 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 Jetzt sind die Wurfen Einen 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 15 sind gegangen und am nächsten fanden er das nächste, dann sind sie gleich in Österreich und ja, eine Woche zu ist nichts daran. Nicht wie man so denkt, ja, fahren die das vielleicht am Sonntag oder zum nächsten am Sonntag, ne, oder Sonntags zwei miteinander, ne, eine Woche später. Boah, Alter, bin ich jetzt scheiß Flugzeug drauf. Hände, Arsch, ne, ne. Ich bin aber nicht ganz spannend und da, eine Schaden durchzukommen. Ich bin jetzt natürlich nicht froh, aber in England ist es wenigstens als freundlich, dass du es überhaupt reinlassen. Die Länder, da hast du, da hast du als normaler Faschist. Wenn dann nicht die, nicht die, nicht die über mir, also die Kinder da, die, die Frau, die ich hab. Ich bin immer noch mit Serbien. Wenn es doch Serbien ausreiten dürfte. Ja, jetzt hab ich nur noch so eine scheiß Bombe. Beim Boss Huchertz-Klimp. Deswegen ist die da schon zwei Mode. vorhin sind nur, ja jetzt wurde, eh, sie sind wohl nur, äh, mindestens, bis Juni, die Grenzen zu. Tusten zwar andere zum Beispiel wie sp verschiedenen Leute rein, aber, ja. Wenn der der dortaroiz�ische nicht raus zu hast, bringt's doch nichts, ob ich nach, äh, nach Spanien durchste. Das war's für heute.